2 Drift 2 Drift Yolo Alle Nerden Wuuu Gatscha, hast du gesehen? Die Dinger haben gewackelt Ja, deswegen heißt dir die Brille so Die dehnt sich zu 100% Eins noch, ich möchte meine Mutter grüßen Und den Sascha Ich möchte meine Mutter grüßen Und meine 8 Abonnenten nach Youtube Weil sie das Video sehen wird, die Carola Auf geht's! Die Carola? Du bist doch immer mehr gefahren Es geht wieder wie nach Buben Ich möchte meine Mutter grüßen Ich möchte meine Mutter grüßen Und das ist eine Pfe agradeckte Ich möchte meine Mutter grüßen Ja, soviel. Ich sag so viel zu, ich bin acht Wochen nicht gefahren ey. Ich sag so viel zu, ich bin acht Wochen nicht gefahren. Ja, kann man auch machen, ja. Weil da unten, da unten ist ja Lebensgefahr. Ich sage noch zwei Wochen, dann bin ich nue. Bis zum nächsten Mal! Wenn es zum nächsten Mal geht. In der Tat, in der Tat, in der Tat und Töne. Das war's für heute. Das war's für heute. Ja, da hoffen wir mal, dass man von der Bühne nicht schlagen kann. Schau mal, schau mal. So, was nennt man Autonomal-Morren-Brenker? Nein, nicht, nicht. Den dahinter? Ja, der auch. Na, der auch. Denk rei. Alter, das ist 10, hast du das denn? Die Hex gehabt, das ist 10. Ja, das muss doch...